Musik Wir stehen hier am Stand von Matrix. Neben mir steht Marco Jacobs, der Vertriebsleiter von Matrix. Marco, was kann man hier bei euch am Stand sehen? Gute Kraftgeräte, tolles Cardio-Equipment und ein functional Bereich, sage ich jetzt mal einfach. Und was für Innovationen habt ihr für die Besucher hier an der Messe parat? Zwei Neuheiten. Einmal eine neue Kraftserie, Matrix Magnum Plate Loaded mit den Breaker Benches. Ein paar ganz neue Produkte, Einzelgeräte und im Cardio-Bereich haben wir neue Bikes vorgestellt mit der neuen Konsolentechnologie und die Climb-Müll. Und wie ist so die Resonanz der Besucher hier? Wir haben einen guten Zuspruch bekommen. Unser Messestand war gut besucht. Wir können zufrieden sein und ich denke, dass wir unsere Ziele gut erreicht haben. Und wie geht es bei euch in Zukunft weiter? Ja, der Matrix-Kunde kann weiterhin Produktneuheiten erwarten. Die Pipeline ist voll und wir werden in naher Zukunft wieder neue Produkte vorstellen und werden den Markt damit bereichern. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017